Ich bin seit vielen Jahren in der Aussenpolitischen Kommission und setze mich für mehr Nachhaltigkeitsbestimmungen im Freihandel ein. Und ich kann Ihnen versichern, es gibt eine positive Entwicklung und es gibt eben gerade hier einen Meilenstein. Als ich gestartet bin, hatten wir das in den Präambeln erwähnt, diese Nachhaltigkeitsbestimmungen. Mittlerweile haben wir ganze Nachhaltigkeitskapitel. Und der Gewinn bei diesem Abkommen ist eben, dass wir eine Konditionalität haben bei einem sensiblen Produkt. Das ist ein Fortschritt. Und was ich nicht sinnführend finde für uns und für die Schweiz, ist, wenn wir einfach sagen, wir wollen keine Globalisierung mehr, wir wollen keinen Handel mehr. Das kann man machen, aber es ist eine Ausstiegsmentalität. Und ich glaube, wir müssen gestalten, wir müssen versuchen, diesen Freihandel, diesen Handel, die Handelsbeziehung der Schweiz in eine positive Richtung zu bewegen. Und das macht dieses Abkommen. Alles andere entspricht nicht den Fakten, die im Vertrag stehen.